Donnerstag, 14. Juni 2018 19.54 zum ersten Mal findet eine Fußball-WM in Russland statt. Das Turnier wird vom 14. Juni bis zum 15. Juli ausgetragen. Titelverteidiger ist Deutschland. Hat Deutschland eine Chance auf den erneuten WM-Sieg? Warum muss man mit Frankreich und Brasilien bei dieser Endrunde rechnen, und welche Teams könnten für eine Überraschung sorgen? Wir haben alle WM-Gruppen im Video analysiert. Gruppe A, Kurzfassung dieser Gruppe, die Top-Teams fehlen, doch auch in dieser gibt es Stars und Geschichten. Schafft es Gastgeber Russland in die K.O. Runde? Ist Ägyptens Mohamed Salah fit? Und was hat Oliver Kahn mit Saudi-Arabien zu tun? Mehr erfahren Sie im Video, Video Getty Images Spiegel Online Gruppe B, Kurzfassung dieser Gruppe, mit Cristiano Ronaldo hat Portugal einen der besten Spieler der Welt in seinen Reihen, und ist ein Favorit auf den Titel, ebenso wie Gruppengegner Spanien. Doch trotz der Offensiv-Power, viele Tore werden nicht fallen. Mehr erfahren Sie im Video, Video Getty Images Spiegel Online Gruppe C, Kurzfassung dieser Gruppe, Dänemarks Christian Eriksen könnte einer der großen Stars des Turniers werden, Peru dank seines offensiven Stils für eine Überraschung sorgen. An WM mit Favorit Frankreich führt allerdings kein Weg vorbei. Mehr erfahren Sie im Video, Gruppe D, Kurzfassung dieser Gruppe, für die argentinische Fußballer-Generation Ome Lionel Messi könnte es die letzte Chance auf den WM-Titel sein, entsprechend groß ist der Druck. Mit Kroatien, Nigeria und Island warten starke Vorrundengegner. Mehr erfahren Sie im Video, Gruppe E, Kurzfassung dieser Gruppe, Serbiens Sergej Milinkovic-Savic könnte einer der spannendsten Spieler der WM werden, Costa Rica ist wie vor vier Jahren ein Kandidat für eine Überraschung. Top-Favorit der Gruppe, Brasilien. Mehr erfahren Sie im Video, Gruppe F, Kurzfassung dieser Gruppe, Mexiko, Südkorea, Schweden, Deutschlands Vorrundengegner gehören dem Etikett Schlagbar an. Aber ob der Weltmeister den Titel auch erneut holt? Das Team ist älter geworden, und der Fußball schneller. Mehr erfahren Sie im Video, Video, M, Spiegel Online, Getty Images Gruppe G, Kurzfassung dieser Gruppe, das Achtelfinale werden Belgien und England erreichen, dem werden Tunesien und Außenseiter Panama nichts entgegensetzen können. Doch wie stark ist Belgien? Mehr erfahren Sie im Video, Video, M, Spiegel Online, Stefanie Lecuk, Kuapa, Everex, Shutterstock, Gruppe H, Kurzfassung dieser Gruppe, der Favorit? Klar, Kolumbien. Auch Polen kommt weiter. Doch mit Sadio Mane haben die Senegalesen einen starken Stürmer in ihrem Kader, mit dem sie die polnische Defensive ärgern könnten.